Hallo Freunde, analoge Unterhaltung. Willkommen zu einer weiteren Rezension hier bei Hunter & Krohn. Heute Trails of Tucana von Aporta Games. Ein Roll and Ride. Oder Roll and Draw, wie man es nennen mag. Ein Draw and Ride. Genau, Draw and Ride. Es wird ja nicht gerollt, sondern es wird gedraught, also quasi Karten gezogen. Für Art verwandt. Aber es ist mehr oder weniger gleich. Also wir ziehen Karten und müssen malen. Und das Ganze ist für ab 8, 1 bis 8 Spieler, wie es immer so ist bei diesen Roll and Ride, Draw and Ride, whatever. Kann man das natürlich mit vielen Leuten gleichzeitig spielen. 15 Minuten, kurze Spieldauer, auch typisch. Und vom Thema her sind wir so eine Expedition zu einer Insel, die halt Tucana heißt. Ja, und wir müssen da halt die richtigen Wege einzeichnen. Und das ist auch schon das Stichwort. Das heißt, es ist ein Spiel, bei dem wir letztlich Wege, ein Wegenetz zeichnen müssen und da bestimmte Dinge erreichen, verbinden müssen. Sehenswürdig gehalten. Und wer das am besten schafft, der wird natürlich am meisten Punkte generieren. Und die Regeln sind, wie ihr euch denken könnt, nicht sehr schwierig. Die wird Krohn euch kurz erzählen. Und dann gibt es das Fazit. Das Erste, was bei Trails of Tucana passiert, ist, dass jeder halt hier einen Zettel bekommt vom Block. Und dann wird von diesem Kartenstapel hier eine Karte aufgedeckt. Und da sind letztlich einfach nur Buchstaben. Und die werden jetzt hier in diese Siedlungsfelder auf unserem Zettel eingetragen. Aber nicht bei allen Spielern gleich, sondern eben leicht versetzt, damit jeder Spieler eine leicht andere Ausgangssituation hat. Und zwar hier, der Startspieler wird jetzt einfach das D bei Hütte 1 reinschreiben, wohin der Spieler zu seiner Linken das D bei Hütte 2 reinschreibt, also den ersten Buchstaben. Der dritte Spieler schreibt das D bei 3 als ersten Buchstaben rein. Und der vierte und so weiter. Also immer einfach eine Siedlung weiterspringen, wo derjenige beginnt. Wenn ich der vierte Spieler bin, schreibe ich das D hier bei Siedlung 4 rein und werde mich dann im Uhrzeigersinn fortbewegen. Und ja, der Startspieler hat es natürlich am einfachsten. Der fängt hier oben an und liest dann laut die Buchstaben vor. D trägt er bei 1 rein. A bei 2. Dann kommt schon wieder D bei 3. Das muss ich jetzt so um die Kamera herummalen. Deswegen sieht es jetzt nicht besonders hübsch aus. So, dann kommt hier unten ein A, dann wieder ein E, ein C. Sehr hübsche Buchstaben. Auch mal ein C. Und dann, wenn man den letzten Buchstaben hat, dann schließt sich natürlich der Kreis. Darum geht es jetzt einfach darum, das sind die Siedlungen, die wir im Laufe des Spiels verbinden wollen. Ja, und da hat eben jeder Spieler eine andere Ausgangslage. Man kann als Variante natürlich auch spielen, dass alle Spieler die gleichen Buchstaben in die gleichen Felder eintragen. Dann ist es halt identisch bei allen. Ist eine vorgeschlagene Variante. Aber eben eigentlich nutzt man dafür diese Karten. Und mehr, für mehr brauchen wir die nicht. So, also jetzt hat jeder Spieler seinen individuell vorbereiteten Zettel. Und was wir jetzt eben hier tun wollen, ist, wir bereiten einen Trail, also einen Pfad, eine Route, der dann die Leute, die hier von den Siedlungen loslaufen wollen, dass die möglichst viele Sehenswürdigkeiten besuchen können auf diesem Pfad. Also es gibt zwei Obelisken hier auf der kleinen Insel, zwei Bücher gibt es zu finden, zwei Tukans, zwei Yetis, ja, also diese großen Riesenkatzen mit Keule sind laut Anleitung Yetis. Und dann gibt es hier noch zwei Seeungeheuer. Genau, und wir wollen halt möglichst eine Route bauen, dass immer, ja, man halt von irgendeiner Siedlung zu dieser Sehenswürdigkeit kommt. Und, ja, wenn ich jetzt hier unten Siedlung ehe und ich würde einmal von Wald zur Wüste und dann Wüste hier zum Obelisten, also Wüste, Wüste, da eine Route zeichnen, dann hätte ich diese Sehenswürdigkeit besucht und könnte die einkringern und würde dafür dann in der Wertung Punkte kassieren, weil diese besuchten Sehenswürdigkeiten tatsächlich zweimal gewertet werden. Es gibt so eine Zwischenwertung, die wird dann hier eingetragen und eine zweite Wertung am Spielende. Und das Zweite, was ich erreichen möchte, ist, ich möchte Siedlungen miteinander verbinden. Also das sieht man ja auch hier an den Bonuspunkte-Karten und auch hier verwerben sich auf unserem Blog die Karten. Also wenn ich Siedlung A mit A verbunden habe, wären es 14 Punkte, B mit B 13 Punkte. Und da hat eben, ja, durch diese Karte, durch diese Buchstaben, die wir gerade eingezeichnet haben, jeder Spieler eben eine leicht andere Ausgangssituation. So, und wie passiert das Ganze jetzt? Denk mal einfach, denn hier gibt es einen großen Stapel mit Landschaftskarten. Und ein Spieler deckt jetzt einfach immer zwei Landschaften auf und sagt die laut an, Wald, Wüste. Und was die Spieler jetzt machen, ist, einen Strich zeichnen von der Mitte eines Feldes zur Mitte eines anderen Feldes. Und zwar muss halt das eine Feld Wald sein und das andere Feld muss natürlich Wüste sein. Also könnte ich jetzt, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, versuchen wir doch mal diesen Obelisken zu erreichen. Ich male jetzt hier von dem Waldfeld zu diesem Wüstenfeld eine Verbindung und habe damit auch, es ist halt auch hier, fängt eine der Siedlungen an, habe jetzt quasi halt von der Siedlung einen Pfad hierhin gebaut. Das ist nicht nötig, dass ich bei einer Siedlung anfange. Ich hätte diesen ersten Strich auch irgendwo hier mitten in die Landschaft zeichnen können. Und auch ab jetzt weitere Trails muss ich nicht anknüpfend daran zeichnen. Manchmal geht es ja gar nicht, weil jetzt keine Wüste gezogen wurde, sondern ich kann irgendwo den nächsten Trail machen, den nächsten Strich da, dann dort, dann hier und halt irgendwie später dafür sorgen, dass sie sich verbinden. Ich mache einfach mal weiter. Zweite wäre jetzt Berg, Wüste und natürlich alle Spieler zeichnen diesen, alle Spieler gilt das, es wird nicht reihum gezogen und jeder macht was anderes, sondern alle Spieler zeichnen jetzt natürlich in dem Moment, wo es passiert, dann einen Strich ein und sobald das alle getan haben, deckt dann der Startspieler die nächsten zwei Karten auf. Ja, Berg, Wüste, das weiß ich jetzt auch nicht, was machen wir damit. Wüste, Wüste wäre jetzt ganz nett gewesen, dann hätten wir hier gleich mal den Obelisken besuchen können. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier unten weiter und bringen auch gleich mal Siedlung A hier mit auf den Trail, damit wir es irgendwie nachher einfacher haben, die irgendwie mit ihren entsprechenden Siedlungen zu verbinden. Jetzt hätten wir Wüste, Wüste, das ist natürlich ganz praktisch, weil jetzt kann ich den Trail hier zum Obelisken zeichnen, habe jetzt also hier die Siedlung, es sind sogar zwei Siedlungen, die jetzt zum Obelisken laufen können, das spielt aber keine Rolle und ich darf jetzt hier den ersten Obelisken hier einkringeln. Diesen Siegpunkt, den werde ich zweimal im Spiel bekommen. Ich hatte es schon erwähnt, es gibt eine Zwischenwertung und zwar werden wir diesen Karten, diesen Stapel mit Landschaftskarten so lange spielen, bis hier nur noch eine Karte übrig ist, dann ist die erste Runde vorbei und es werden schon alle erreichten Sehenswürdigkeiten gewertet. Also alle eingekringelten Zahlen rechnet man zusammen und trägt dann hier unten bei Fernrohr 1 ein, dann wird der Stapel an Landschaftskarten gemischt und das gleiche beginnt von vorne. Wir spielen den Stapel erneut durch, bis exakt eine einzige Karte übrig bleibt und dann kommt es zur Schlusswertung, wo nochmal die Sehenswürdigkeiten gewertet werden und dann auch geschaut wird, sind die Siedlungen miteinander verbunden und gibt es mögliche Bonuspunkte, die der Spieler eingesammelt hat. Bonuspunkte kriegt man, wenn man der erste ist, der bestimmte Siedlungen miteinander verbindet. Wenn man in einer größeren Runde spielt, kann man die Bonusbelohnung sogar zweimal einsacken. Also der erste, der Siedlung A mit Siedlung A verbindet, kriegt hier drei Bonuspunkte, also zusätzlich zu den 14, die ihm das ja ohnehin bringt, die beiden Siedlungen zu verbinden. Und der zweite, dem das gelingt, der kriegt nochmal zwei Bonuspunkte. Diese Bonuspunkte schreibt man dann hier in die Sternfelder, weil diese 14 Punkte, die man ohnehin bekommt, wenn man Siedlung A mit A verbindet, die kann einem keiner nehmen, also ganz egal, wann man das im Spiel schafft, diese Punkte wird man dann dafür auch bekommen. Eine wichtige Besonderheit, ich hatte schon gesagt, es gibt jede Sehenswürdigkeit zweimal und sobald ich es jetzt geschafft hätte, ich mache das jetzt einfach mal, also wir tun mal so, als wäre jetzt Waldberg gekommen und dann vielleicht Bergwüste, so, jetzt haben wir hier oben diese Siedlung mit diesem zweiten Obelisken verbunden, das heißt, ich habe den zweiten Obelisken erreicht, das sind erstmal drei, nochmal zwei mehr Punkte, die ich in der Wertung bekommen werde und außerdem, dieses seltsame Symbol hier hinten bedeutet, dass ich jetzt einen Bonus-Trail zeichnen darf und zwar von einer beliebigen Landschaft zu einer beliebigen Landschaft und das ist natürlich tatsächlich sehr stark, damit kann man dann auch mitunter Kettenreaktionen auslösen, indem man jetzt diesen Joker-Trail benutzt, um an einer anderen Stelle ebenfalls die zweite Sehenswürdigkeit zu erreichen, wodurch man wieder einen Joker-Trail bekommt. Ja, diese Joker-Trails sind tatsächlich das Tüpfelchen auf dem I, das ist einem halt, wo man dann eben nicht vom Kartenglück abhängig ist, sondern wo man wirklich dann, ja, die langgesuchte Verbindung, die Nord-Ost-West-Straße irgendwie mit einem Trail zu verbinden, damit dann plötzlich mit dem einen fehlenden Strich irgendwie zwei, drei Dorfverbindungen auf einmal zusammenpassen, weil das kann man ja machen, man versucht halt irgendwie hier viel zusammenzuführen und hier oben und irgendwann müssen sich die beiden Straßen halt irgendwo treffen und man wartet die ganze Zeit, ach komm schon, Berg, Berg, Wasser, Wasser, es kommt nie und da sind halt dann diese Joker-Trails tatsächlich sehr nützlich, die man eben über das Besuchen der Sehenswürdigkeiten erreichen kann. Das ist tatsächlich schon alles, was hier bei Trails of Tucana passiert, mit einer Ausnahme, nämlich hier auf der Rückseite von jedem Zettel ist eine größere Insel, die Isla Grande, da gibt es jede Sehenswürdigkeit dreimal, man bekommt den Joker-Trail auch erst eben beim, ja, beim Check der dritten Sehenswürdigkeit von jener Sorte, dafür werden natürlich auch drei Runden gespielt, also dreimal dieser Karten hier Stapel bis zur letzten Karte durchgearbeitet. Eine Karte wollte ich noch zeigen, es gibt natürlich auch eine Joker-Karte hier im Stapel, also es ist nicht nur über diesen Bonus-Trail möglich, da mal ein bisschen flexibler zeichnen zu dürfen, de facto sind sogar zwei Joker-Karten im Stapel, die müssen natürlich auch erst mal gezogen werden und dass wirklich Joker gezogen wird und man wirklich quasi einen Joker-Bonus-Trail geschenkt bekommt, also aufgedeckt wird, das habe ich bisher bei Trails of Tucana noch nicht erlebt. Da muss man dann schon auf die Joker-Trails durch die besuchten Sehenswürdigkeiten zurückgreifen. Und ich kann ja auch mal zeigen, wie dann so ein Ding hier am Ende aussehen könnte. Hier hat jemand schön dicke, ist tatsächlich nicht meins, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber schön dicke Trails gezeichnet. Das sieht man, manche führen dann auch am Ende ins Nichts, da hat man halt vergeblich drauf gewartet, dass die entsprechende Verbindung noch gezogen wird, aber an anderen Stellen ist halt schon recht viel miteinander vernetzt. Aber hier auch noch mal ein Beispiel für eine fertige kleine Insel. Eine allerletzte Sache, hier gibt es da noch eine Bonus-Aufgabe, aber die ist tatsächlich rein optional, ob man damit spielt oder nicht. Das bedeutet, man gibt halt noch mal Bonuspunkte, wenn man es schafft, jetzt halt einen Weg von Tucan zu Tucan zu bauen. Und natürlich gibt es das halt theoretisch für jede der Sehenswürdigkeiten da noch mal eine entsprechende Karte. Und ja, man spielt je nach Spieleanzahl mit ein oder zwei dieser Zusatz-Bonus-Aufgaben. Ja, ich muss sagen, ich werde ja jetzt verwöhnt von den Draw and Writes, weil ich hatte es ja schon... Also es steckt genau in deine Kerbe. Warum? Das sollten wir erst mal erläutern. Warum ist es ein Draw and Ride wie für dich gemacht? Weil ich einfach nicht so gerne gut male. Und was muss man nicht malen? Immer nur Striche. Das heißt, es ist genauso wie bei Dungeon Academy im Prinzip... Nee, noch weniger, da musst du nämlich einen Pfeil machen. Da musst du noch einen Pfeil machen. In gewisser Weise ist es wirklich sehr ähnlich, weil bei Dungeon Academy, was wir ja schon rezensiert haben, da muss man ja auch einen Weg malen durch einen Dungeon durch. Aber sonst, da hören die Gemeinsamkeiten, finde ich, auch schon auf, weil bei Dungeon Academy geht es ja darum, dann wirklich diesen Weg zu schaffen und da irgendwie auf dem Weg was zu erreichen. Hier geht es wirklich darum, über das ganze Spiel hinweg eben ein Wegenetz zu erzeugen, um dann eben die Punkte zu machen. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Wie oft bei diesen Dingen denkt man am Anfang, ja, Moment mal, das ist doch... Man hat hier nur zwei Pläne, einen kleinen und einen großen und das ist doch immer das Gleiche. Aber tatsächlich nur durch diesen Trick, dass eben diese Buchstaben anders verteilt sind und dass man natürlich schon ab dem ersten aufgedeckten... Es gibt dann auch wieder diese Milliardenkombinationen, in welcher Reihenfolge, wenn man dann abweicht, einmal du zeichnest Wald, Wüste irgendwo dahin und ich auf der anderen Seite, schon gibt es eine komplett andere Abfolge von Möglichkeiten, die dann sich ergeben. Und dadurch spielt dann tatsächlich doch jeder sein eigenes Spiel, obwohl wir die gleichen Karten auswerten. Also das funktioniert einfach auch wieder super. Ich frage mich gerade, warum man das eigentlich nur zu acht spielen kann, weil das hat ja tatsächlich die gleiche Mechanik wie diese Penny Paper... Vielleicht sind nur acht Stifte drin. Ja, okay. Weil dann für die anderen Zeit, wenn man noch mehr ist, ist es schwierig, natürlich die zwei aufgedeckten Länder. Aber du kannst es ja wie Bingo, du kannst den Raum rufen. Bergwüste! Ja, klar. Wasser, Wald! Wasser, Wald! Alle malen Wasser, Wald! Klar. Nee, tatsächlich, ich habe es extra auch nochmal raus sortiert. Du hast übrigens im Intro vergessen zu sagen hier, es ist von Olaf Svensson und Christian A. Ostby, wo wir selber nach... Die Haus- und Hofautoren von Aporta Games, haben es auch The Magnificent und... Ich weiß nicht, vielleicht gehört es ihnen sogar Aporta Games, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es ja auch einfach nur... Im Übrigen sind es ein norwegischer Brettspielverlag und mit Sicherheit auch norwegische Autoren und die haben auch dieses großartige Avenue gemacht, das ist Out and Draw and Ride, wo wir auch Linien zeichnen, mit so Weinbergen, mit Schlösser verbinden, das auch wirklich... Deswegen hole ich es ja nochmal rein in die Erinnerung oder wer vielleicht das Video damals nicht gesehen hat, habe ich Solo vorgestellt? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, wirklich, die haben irgendwie... Ich weiß nicht, das ist wirklich beide Male. Ich finde auch das wirklich wieder sehr gelungen. Vielleicht Avenue... Ach, ich bin mir nicht sicher. Also Avenue ist noch nie cooler, aber da reden wir jetzt wirklich im Staubkorn-Bereich. Und Trails of Tucana hat es sofort auch wieder geschafft, ab der ersten Partie zu hooken. Ah, okay, reizvoll, so ist das. Und dann drehst du den Plan um und dann hast du noch die größere Insel, wo das Spiel auch länger mit drei Sehenswürdigkeiten und drei kommen, lass die auch noch machen und dann nochmal die kleine und wieder die große. Also es ist echt, echt ein toller Füller, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der Block irgendwann... Dieses Jahr wird er vielleicht noch schaffen, das Jahr ist kurz, aber nächstes Jahr wird der Block davon leer gehen und dann muss ich mir einen neuen Trails of Tucana-Block... Was ich halt richtig cool finde an Trails of Tucana ist, dass es, finde ich, fast das Draw and Write ist mit den simpelsten Regeln, die man am schnellsten irgendwie allen Leuten erklärt hat. Also ich weiß nicht, aber es ist im Prinzip ja wirklich nur, wenn du dran bist, musst du einen Verbindungsstrich machen und du kannst halt, es wird halt aufgedeckt, was du da machen kannst und du musst diese paar Sachen verbinden. Mehr ist es nicht und dann hast du nur noch diese ganz kleinen, aber wenn man sie erreicht, dann durchaus sehr wichtigen Bonus-Effekte. Wenn du dann einen zusätzlichen Strich machen kannst, macht dann eben einen großen Unterschied. Aber das war's, ja, das war's und das ist halt wirklich cool. Dadurch kann man das natürlich auch super mitnehmen und mit Leuten, die was, wie, was, noch nie was von, was ist ein Draw and Write, redest du irgendwie Chinesisch, ganz egal, du packst Trails of Tucana aus und sagst, zack, zack, so, jetzt das, mach da einen Strich, überleg dir, wo du den hin machst und dann geht's los. Ja, das funktioniert auch für Nichtspieler, weil es halt die richtige Mischung aus Glück und Taktik letztlich wieder ist. Du kannst wirklich, es gibt viele Möglichkeiten, auch diesen einen Strich, ah, hm, Wasser, ich könnte da oben, ah, hier, ich könnte da, da. Also man ist, man fühlt sich da nicht gespielt, sondern man hat immer das Gefühl, irgendwas zu tun. Gleichzeitig gibt's dann natürlich die Situation, ja, du willst die Nord-Südstraße jetzt endlich den Trail connecten und brauchst damit halt dringend Waldwüste, ja, kommt schon, Waldwüste und dann wird der Wald aufgedeckt. Ja, jetzt soll ich die Wüste. Wasser, Waldwasser, oh Gott, was soll ich denn damit anfangen? Hätte ich vorhin da rumgezeichnet, dann wird's jetzt passen. Das Ding hat's halt natürlich auch und das sorgt natürlich auch für einen Wiederspielreiz, wie auch bei Avenue. Du willst halt diese, du willst diese Partie erwischen, wo alles perfekt passt, aber, aber dass alles perfekt passt, das wird natürlich, wird natürlich nie geschehen, als du spielst weiter und weiter bis halt der Block lebt. Und was halt wirklich bei Trails of Turkana, dieses Element gibt's bei anderen Roll and Rides auch, aber was hier finde ich am schönsten zu spüren, ist es halt dieses Zocken, dass du halt das Gefühl hast, okay, ich kann's halt jetzt drauf anlegen, noch ganz, dass ich meine, am Anfang leg ich meine Striche so völlig quer in die Landschaft, weil ich weiß, irgendwann wird sich dieses Netz wie so eine Spinne schließen und dann ist alles connected und ich blase irgendwie meine ganzen Mitspieler mit den Punkten weg, aber es kann natürlich dann auch granatenmäßig schief gehen, weil dann am Schluss gar nichts, ich krieg nichts voll, irgendwie fehlt dann überall noch was und dann hab ich null Punkte. Aber das ist halt, das ist halt wirklich schön, weil du dadurch halt wirklich auch, du kannst halt auf Risiko gehen oder du kannst halt wirklich versuchen, erstmal so kleine Brötchen, so langsam ernährt sich das Eichhörnchen mäßig, kannst du hier agieren oder du kannst wirklich sagen, nee, ich möchte wirklich die großen Dinger zukriegen und da muss ich halt auf Glück hoffen auch und das macht aber halt auch Spaß. Also das ist, ja. Gibt es denn auch was Negatives zu sagen? Ja, vielleicht, also ich hab ein bisschen das Gefühl, dass manchmal, es gibt ja diese erste Zwischenwertung, wo man halt das erste Mal das Sehenswürdige abgrast und da kann man halt, wenn es da einfach wie eine Halbzeit und du liegst 4-0 hinten, gehst du unmotiviert in die zweite Halbzeit, das kann ja passieren, dass wirklich bei zwei Spielern läuft es Bombe, die haben beide Seeschlangen, beide Yetis in der ersten Halbzeit von Trails of Tsukana erreicht und bei dir hat irgendwie nichts gepasst, du hast einen Obelisken vielleicht, ja, und dann bist du halt deutlich ins Hintertreffen geraten, weil die halt auch doppelt punkten, das heißt, du musst dann darauf spekulieren, dass es bei denen in der zweiten Halbzeit mit dem Dörferverbinden nicht so gut läuft und es bei dir da jetzt, also man kann das schon raufholen, so ist es nicht, aber es gibt schon Partien und Situationen, wo man dann halt, echt was, ihr habt schon so viele Punkte gerade gekriegt, ich nur so, oh, und dann malt man so ein bisschen traurig in der zweiten Runde auf seiner Insel herum, aber das, ja, da muss man halt beim nächsten Mal dafür sorgen, dass man dann halt auch derjenige ist, der irgendwie die Seeschlange gleich erraten kann. Einfach nochmal spielen, es dauert halt einfach nur 15 Minuten, das heißt ja, man kann einfach sagen, der Roll- oder Draw-and-Write-Trend, der ist immer noch aktiv, da kommen immer noch interessante neue Titel raus und immer noch schaffen es die Autoren. Aber die dürfen, weil die haben ihn ja in meinen Augen mit, die waren früh genug dabei. Alle dürfen, solange die Leute irgendwie noch originelle Sachen, also ich, da bewundere ich auch wirklich die Autoren, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt mach mal ein originelles Roll-and-Write, dann würde ich sagen, äh, ich kann den Rite schon verstehen irgendwie, ich meine, ja, Roll-and-Write, aber es kommt immer wieder, das ist ja ein Drawn-Rite, es gibt schon, man kann wahrscheinlich unendlich viele coole Drawn-Rites nicht ausdenken, das ist ja das Schöne. Ich habe mir auch diese ganzen Zusatzblöcke für Welcome To zum Beispiel auf das Spiel gekauft, wo dann einfach irgendwie Halloween und Ostern und wenn es hier eine neue Insel, also ja, vielleicht, wenn wir jetzt jammern auf ganz hohem Niveau, ist toll, dass es zwei Inseln gibt, warum nicht vier, warum nicht gleich zwei Blöcke reingelegt und vier Inseln oder sechs Inseln, ja, ich will tatsächlich eine neue Insel. So ist es. Das war unsere Rezension Trails of Tucana-Aporta-Games, natürlich. Weil der Yeti ist halt immer an der gleichen Stelle auf der kleinen Insel, also auch wenn man die Hütten da verteilt. Momentan wissen wir nicht, ob das mal kommt. Gut, aber das, also. Wirst du vielleicht auch so irgendwo kriegen, haben wir jetzt gerade nicht gecheckt, aber guckt mal, ob ihr das online irgendwo findet. Also das Spiel ist komplett sprachneutral, sobald ihr ein Video findet, da reicht wahrscheinlich sogar meine Regel-Erklärung gerade. Nee, ich sage jetzt eher so, wie ob man es kaufen kann irgendwo. Das haben wir jetzt nicht gecheckt leider, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst oder wir schreiben es selber, wenn man das irgendwo kriegen kann. Aber ich denke mal, das sollte man bei Aporta irgendwo irgendwie kriegen und ansonsten bei der nächsten Spiel werden die sicher wieder da sind und da wird man sicher auch noch kaufen können. Also, das war unsere Rezension. Trails of Tucana, vielen Dank fürs Unterstützen natürlich, fürs Gucken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Die Leute werden sich persönlich bei dir beklagen, wenn es Trails of Tucana auf der nächsten Spiel nicht bei Aporta games gibt. Aporta, ich zähle auf euch. Bis dann. Weiterspielen. Tschüss. 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 Musik.